Das Jahr 2120 Die mächtige Raumfahrtgesellschaft AstroJag hat eine Methode entwickelt, die Erdbevölkerung auf dem unbewohnten, roten Planeten umzusiedeln. Drei mutige Zivilisten wurden ausgewählt, diese abenteuerliche Reise anzutreten. Alle Systeme sind startbereit. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Zündung. In einer neuen Welt, in der Zeit das höchste Gut ist, die Gefahr, die ein ständiger Begleiter ist, der ständiger Begleiter der Sieg und der Zweck. Ach, also was? Ich bin in die Bereiche, ich bin in die Welt. 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 Der Schicksal der Menschheit hängt von dieser Reise an. Alles, was wir hier auf der Erde noch tun können, ist die EU-Handler von 2B. Das ist die EU-Handler von 3B. Der Dunbar und der Leischener von 3B.